Ich hab was für dich. Soll ich's dir zeigen? Eine Spott-Talpel-Brosche. Solange du sie dabei hast, kann dir nichts Schlimmes passieren. Versprochen. Willkommen und fröhlicher Hundertstile. Ich liebe das. Ladies first. Ringrose Aberdeen. Nein! Ich melde mich freiwillig! Ich melde mich freiwillig als Tribut! Du bist stärker als sie. Wir sind 24, Gail, aber nur einer kommt da raus. Nein, nein! Sorg für die beiden, lass sie auf keinen Fall verhungern. Katniss Aberdeen, das Mädchen, das in Flammen steht! Was hast du deiner Schwester gesagt, als du dich bei der Ernte freiwillig gemeldet hast? Dass ich versuchen würde, für sie zu gewinnen. Und ob du es versuchst? Ich frage mich die ganze Zeit, wie ich ihnen zeigen kann, dass sie mich nicht besitzen. Wenn ich sterbe, will ich trotzdem ich selbst sein. Ich kann mir nicht leisten, so zu denken. Ich bin überzeugt, dass sie sich nicht umher پal und umge�nisert werden. Untertitelung des ZDF, 2020